Hi Leute, heute wollen wir nochmals berichten über Kasha´s Tod. Übrigens mit neuem Nachwuchs unser kleiner Rocky. Der darf halt bei mir sein. Also jetzt war ja die Obduktion letzte Woche oder wann und ich schaue ganz viel auf YouTube den Bernie, der kennt ja Familienmitglieder und der geht ja immer live und der hat dann ziemlich viel berichtet. Die Leute hatten dann erst, da konnte man anrufen bzw. er hat die Leute ja angerufen und die waren total verschiedener Meinung. Manche haben gesagt, ja sie glauben nicht, dass es Selbstmord war, die denken, der Jerome Boateng hat da irgendwas eingefädelt oder Mafia steckt dahinter, es gibt ja der perfekte Mord, haben die Leute am Telefon. Und manche gesagt, wahrscheinlich konnte man das jetzt nicht mehr nachweisen, wenn sie irgendwie betäubt worden wäre. Also es war ja so, dass sie sich am 9. Februar, am 9 Uhr hat sie ihren Kleinen zur Kita gebracht oder zu, ich weiß nicht, wie heißt das, wo man da aufpasst? Ja, Kita. Das ist Kindergarten-Kita. Mir fällt es nicht ein, wo du die da halt hinbringen kannst, weil es ist ja glaube ich in Corona auch nicht gerade, aber da wo sie halt dann betreut werden, ihren sechsjährigen Sohn hat sie da hingebracht und anscheinend hatte sie dann noch ein Gespräch um 9 Uhr, weil ihr Sohn ganz viel weinen würde, weil er das mitbekommen hat durch andere Kinder, weißt du, im Kindergarten, das, was da gerade abgeht und dann hatte sie ein Gespräch mit Erzieher und was ich übrigens auch sagen will, das sind ja auch die Eltern dran schuld, wenn die für so kleinen Kinder, ja, sowas besprechen. Also ich finde einfach, das sind die Eltern mit dran schuld, ja. Boah, die Lichter sind voll heiß, mir ist ganz heiß im Gesicht. Natürlich, die sind voll heiß. Und ja, sie hatte dann das Gespräch, war dann wohl um 10 Uhr in der Wohnung von Jerome Boateng, also wo sie angeblich, so wie ich das mitbekommen habe, zusammengewohnt hatten und wollte ihre restlichen Sachen holen und hat dann auch noch, glaube ich, ihrer Mutter geschrieben, WhatsApp und andere Leute, wie man das mitbekommen hat. Ja, aber alles ganz normal gewesen. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt zumindest. Ja, zumindest haben die das alle gedacht und sie hat sich auch noch mal verhalten. War keine Anzeichen irgendwie von Suizid oder dass sie Depressionen hatte und hat sich ja dann erhängt. Also laut, wie sagt man da, laut Paralogie oder der Kriminalpolizei, die wurde es ja anschauen, war der Tod um 12 Uhr mittags, also von 10 bis 12. Ich finde die Spanne echt irgendwie zu kurz, dass sie da vielleicht so eine Kurzschlussreaktion hatte. Die Leute hatten ja auch gemeint, am Telefon bei Bernie, wo er ja immer live geht, also dass die Zeitspanne zu kurz ist, zwischen 10 und 12 Uhr. Ja, und sie hätte später noch ein Shooting gehabt am Nachmittag. Genaueres wusste Bernie auch nicht, wo er da erzählt hat. Und da sie da nicht aufgetaucht ist, hat ja der Fotograf bei ihren Eltern angerufen. Und auf jeden Fall ist sie um halb 8 oder halb 9, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, gefunden worden. Und ja, viele haben gesagt, das kann man nicht mehr rausfinden, aber der Herr Zokos, oder wie heißt er, Zokos, der, wo ja sie jetzt erst obduziert hat, zwei Wochen später, hat ja gemeint, du hattest das vorher gesehen. Ja, der hat gesagt, wenn jemand... Äh, unsere Katze. Huh, hängt sich an der Lampe auf, sorry. Hey. Pikachu. Nein, sonst geht unser Licht aus, dann sehen die Leute uns gar nicht mehr, dann können wir einen kleinen Podcast machen. Hm. Also der Herr Zokos, der, äh, Pathologe, hat die obduziert, das sind die, wo die, wo die Leichen obduzieren wurden, oder das ist Pathologie? Ja, das wissen doch die Leute. Ja, du, ne? Du hast mich gerade gefragt, was es ist? Du hast mich gerade gefragt, was es ist? Ja, der ist ja irgendwie ein Renommierter da. Also der Doktor, Professor, wie auch immer, Zokos, äh, Zokos, oder wie der hieß, heißt, äh, der hat ja dann auch so ein Statement abgegeben, und äh, du hast das nochmal richtig mitbekommen, was er gesagt hat, weil ja viele Leute gemeint hatten, äh, dass man das zwei Wochen später nicht mehr nachvollziehen kann, äh, wenn die da betäubt worden wäre. Ne, er hat ja gesagt, wenn ein Mensch stirbt, dann stellt die Leber ihre Funktion ein, und die Leber reinigt ja den Körper, und wenn die Leber nicht mehr funktioniert, dann bleiben auch die ganzen Giftstoffe eigentlich noch erhalten. Deswegen müsste man es eigentlich nachweisen können, wenn die vergiftet worden ist, oder betäubt, oder sonstiges. Schrei nicht zu, du hast Mikro dran. Ja, also, ich kenne mich da jetzt nicht aus. Ich konnte mir schwer selber auch vorstellen, dass es, äh, Suizid war. Ich hätte... Glaube ich bis heute immer noch nicht. Ja, ich hätte mir auch eher das andere lieber vorgestellt, und, äh, ich weiß nicht, also, ähm, Bernie, Bernie hat es ja auch erst nicht gedacht, hat ja auch mit dem Patholog, Pathologin nochmal gesprochen, und hat dann gemeint, ja, wir müssen das einfach akzeptieren. Wie gesagt, wegen der Leber kann man das feststellen. Also, ich kann mir das auch noch ganz, ganz schwer vorstellen, weil dann auch einige, äh, Anrufer gesagt haben, der Jerome Boateng hatte ja ihr angeblich erst nach 15 Monaten so ein Verschwiegenheitsklausel oder so ein Verschwiegenheitsvertrag gegeben zum Unterschreiben, und ist dann aber selber zwei Tage später an die Presse gegangen, ja, und hat ja da erzählt, dass sie, äh, Alkoholsucht hat und, ähm, Depressionen hat. Aber, das hatte sie angeblich nie, und da haben viele gemeint, das hätte er schon so, weil er alles geplant hätte, den Mord. Also, wie gesagt, habe ich nur gehört, ja, nicht meine Meinung. Ähm, und deswegen hatte er dann, oder kam ja dann so, oh, der Selbstmord, wie als Selbstmord, okay, sie hatte ja eh Depressionen, weil sie angeblich nicht hatte, laut Eltern, Verwandte, Bekannte. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, aber da ist ja immer noch das Thema, ihr Kind hatte ihren, äh, sechste Geburtstag an diesem Tag, und, weiß nicht, man macht auch keinen Selbstmord, wenn das Kind Geburtstag hat. Ja, aber das kann sie so auch nicht sagen, wenn jemand wirklich, angenommen, sie hatte eine Kurzschlussreaktion, ich meine, die Zeitspanne ist wirklich kurz von 10 bis 12, ja, ähm, und hat auch nicht mal einen Abschiedsbrief hinterlassen. Und, ich denke, wenn sie dann, ich kann mir das ja nicht vorstellen, weil wir haben das ja sowas ja nicht, man kann sich immer schwer Sachen vorstellen. Nee, natürlich, man kann sich ja nicht, was habe ich denn da immer? Nein, versetze in die Leute. Ich habe da irgendein Haar. Ja, ähm, wir haben das selber nicht, deswegen können wir es uns nicht vorstellen, auch wenn sie vielleicht so eine Kurzschlussreaktion hatte in dem Moment und dachte, oh Gott, sie hatte angeblich auch Morddrohungen gegen ihren Sohn bekommen, denn Noan, Noan, und der Sohn heißt Noa, deswegen muss ich immer überlegen, Noan, äh, hatte sie da Morddrohungen bekommen. Vielleicht hat sie auch wirklich gedacht in dem Moment, ey, meine ganze Familie ist jetzt irgendwie schlimm dran wegen mir, äh, vielleicht werden die dann auch noch irgendwie gemobbt oder kriegen sie die irgendwie ab oder mein Sohn, das geht gar nicht, will, dass sie ein schönes Leben haben und hat sie halt so gedacht, solange sie da ist, geht das nicht, weil sie alles hier irgendwie, ich weiß ja nicht, was in so einem Kopf vorgeht, ja, in so einem hübschen Köpfchen. Und er hat dann vielleicht echt eine Kurzschlussreaktion gehabt und hat dann, also ich weiß nicht, ich bin ja der Spezialist für Kurzschlüsse, deswegen, Elektriker, ich kann es mir nicht vorstellen, also egal was, Elektromeister, was die Polizei, die Staatsanwaltschaft, äh, der Pathologe, was die alle sagen, ich kann es mir auf meinem besten Willen nicht vorstellen. Ich kann mir, ich weiß es nicht, Bodo, aber ich meine, ganz ehrlich, Suizid, ich würde mich, also wenn ich das vorhätte, wenn ich so nachdenke, habe ich ja nicht vor, aber wenn ich es vorhätte, würde ich mich wahrscheinlich niemals erhängen, weil ich glaube, das ist ein ganz böser Tod. Ich glaube, jeder Tod ist schlecht. Nee, weil das kann ja auch sein, dass es nicht ganz schnell geht, ja, und, und, äh, meistens bricht ja das Knick und es geht schnell, aber manchmal geht es auch nicht schnell, du hängst da, hast dann kein, den Stuhl tun die ja meistens, wenn sie auf dem Stuhl stehen, dann so umschmeißen und dann geht es, also ich, ich weiß nicht, da würde ich dann lieber, was einfacher wäre, so Schlaftabletten nehmen, das, deswegen denke ich halt, das ist alles so seltsam. Ja, da quälst du dich ja nur noch mit sowas erhängen. Ach, Leute, kommentiert doch bitte mal, wie ihr das seht. Also ich tue mich da schon auch noch schwer, äh, daran zu glauben, äh, dass er sich selber erhängt hat, ja, aber wir wissen ja, wir können das ja nicht anzweifeln, was da die Staatsanwaltschaft oder der Pataloge, Herr Zokos, äh, hier auch selber im Statement gesagt hat, ja, und das glaube ich auch nicht, dass er da irgendwas, oder wie viele gemeint haben, äh, die sind bestechlich, äh, der, ihr B hat so viel Geld, klar hat er viel Geld, aber, nee, das dürfen die ja gar nicht, also das glaube ich auf keinen Fall, vielleicht was übersehen, ich weiß es nicht. Also meine Meinung, Mutter macht sowas nicht. Aber du, das kannst du auch nicht so sagen, Mutter macht sowas nicht, wenn sie wirklich vielleicht doch irgendwie eine Kurzschlussreaktion hatte, ja, oder manche wirklich Depressionen hat, hätte gehabt, ja, was alle sagen, hat sie nicht gehabt, aber wenn, dann suchst du sich das ja auch nicht raus, vielleicht war das auch einfach zu viel, im Kindergarten dann noch, mit dem Erzieher zu sprechen, ja, und, äh, hat gedacht, sie belastet vielleicht ihren Sohn noch, sie will, ich weiß es nicht, ich, ich weiß es nicht. Ich kann mir das nicht, ich, ich kann mir das ganz schwer vorstellen, aber sagt doch mal bitte, wie ihr das seht, kommentiert mal, und mir tut es auf jeden Fall unendlich leid für die Familie, nochmal herzliches Beileid, hatte ich ja schon in der letzten Folge gesagt, ähm, wünschen, euch ganz, ganz viel Kraft, von ganzem Herzen, auch dem Sohn, und nur alles, alles Liebe und Gute von mir, äh, von euch. Von mir natürlich auch, ja. Ach, ich will noch was dazu sagen, lieber Bernie, also zum Bernie will ich das, Bernie will ich das so sagen, ich fand es so toll, wie er sich dafür eingesetzt hat, und überlegt hat, wie können wir das alles rausfinden, gell, wie, und, dass die Wahrheit ans Licht kommt, hin und her, rum, und nun mittlerweile akzeptiert er das ja, er hat ja mit dem, äh, mal pathologisch gesprochen, was ich vorher in YouTube auf seinem Kanal gesehen habe, er hat wirklich sehr viel darüber berichtet, in YouTube und auch in Instagram, vielen, vielen Dank, ähm, ich fand das ganz arg toll, weil das beschäftigt ja mittlerweile schon, äh, ganz Deutschland, ja, äh, vielleicht sogar schon die ganze Welt, äh, keine Ahnung, weil sie kommt ja aus Polen, glaube ich, und, ähm, ganz toll von dir, mach weiter so, also überhaupt mit deinen, äh, Live-Sendungen, also, ganz toller Mensch. Bis dahin, bleibt gesund, vergesst nicht zu liken, zu kommentieren, und zu abonnieren. Ciao, eure Reimchens. Ciao, eure Reimchens. Ciao, eure Reimchens. Ciao, eure Reimchens. Vielen Dank.